ja leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's hack. wir spielen wieder skywars auf dem skywars.com server und wir haben ein diamantschred bekommen, das hatte ich auch noch nie äh, kill aura an, so, jetzt mal den ersten ähm, wir gehen gleich zu dem hier und auch gleich weiter zu dem hier oh shit ok ich glaube ich fliege da besser rüber so, das war gerade richtig dumm, ganz im Ernst fangen wir gleich mal zum nächsten ok da hinten ist noch einer so den klicke ich auch und der hier bemerkt mich halt nicht ok, da haben wir schon mal unsere erste runde gewonnen wir sehen uns dann gleich in der nächsten runde ja, da sind wir auch schon in der zweiten runde äh, jetzt sind wir auf dem ipc server und ähm ja ja dann nehmen wir uns mal die kisten hier auf die eins, auf die zwei alter das selbst verrückt mich manchmal schon ein bisschen gehen wir gleich mal rüber zu dem holen den aura an oh der hat den eisenschirm den ich mir vielleicht nehmen kann aber ist der hier unten ne 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 die sind schon ausgeräumt so wie es aussieht dann gehen wir gleich mal zum nächsten rüber ne dankeschön oh schärfe eins ok besser als das was die hatten ok der ist auf jeden fall down ok ok das war etwas knapp lassen wir mal den gold apfel so wo sind denn hier die nächsten spieler da drüben ist der typ so dann nehmen wir gleich mal den weg hier so stop ok das war die zweite runde wenn es euch gefallen hat dann lasst eine bewertung da bis zur nächsten folge Leute, ciao und ne so sa auch